Hallo und herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die. Meine Kopfhörer sind schon wieder übelst leise. Zu Seven Days to Die mit Synapsenklatscher. Hallo. Hallo. Ich habe noch ein bisschen rumgefuscht. In dieser Die. Fuscher. Und zwar sieht man das am besten. Wir haben ja Haufen Lehm. Hier sind ja alles 6000. Wir hatten ja alles vorher auf 6000 gehabt. Jetzt sind es 10.000. Stack Mod. Genauso wie beim Holz. Ich habe nur noch was. Hier. Die sind jetzt so hoch. Stack Gable. Genauso wie beim Afterbike. Mensch was ist denn los mit dir? Keine Ahnung. Kann ich noch nicht mal ein rotes Ende quatschen? So. Weil wie gesagt das ist ja jetzt ähm. Ist der Gable. Benzin war ja bis jetzt immer auf 10.000. So. Äh. Was wollte ich noch? Achso. Es sind nur noch 2 Tage bis zum Blutmund. Blut. Blutmund. Blutmund. Blut. 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 Blut mann mit dem was er gerade geschrieben ja schreier und ich wieder nie da die machen mein Haus kaputt echt das dauert das gibt's doch nie tja dann rechner ist halt eben der nächste hm oh 2 schreierin naja mit hund und hund hund? ja jetzt ist ein hund hier dabei hund getötet meine Glieder lockt mal ein hier und hier geht schon der fette Party los die dritte Schreierin aus meinem Hausgangs ich hab's gehört grad ja schreit ruhig du solltest bewaffnet rauskommen ich bin bewaffnet dann mach hinter dir die Türe wieder zu machen wir raus nicht kaputt ja noch ne Schreierin und noch ne Schreierin yeah fette Party und ist auch noch ne Schreierin läuft so ich will die meisten unboxen ja ähm ah ne die ne äh ich schick dir fix ne Einladung weil wegen warum xp-teilung ja mach das schnell was ist denn das hier und? so und jetzt alles niedernehmen so und jetzt alles niedernehmen ja was Glück einfach erdrücken ja mal mal Ich bin mal. Hast du mich voll geschrien? Bei der Halber 2 Alter, das hatten wir gestern nicht gehabt. Da waren bloß Wehschreierinnen, aber die haben nicht so oft geschrien. Die Halber 2 Ich muss dann mein Haus reparieren. Das wars schon? Nein, hier bei mir. Neben dem Haus, unten, in der Senke. So, den Hund gleich mal ausweiten. Achso, ich wollte eigentlich ein paar umboxen. Ah, naja, da kommt doch schon wieder eine Schreie rein. Wow, ein Schlag. Die ist kaputt. Na, aber wegen Munitionssparen, weißt du? So, die hatte geschrien gehabt, wo sind sie denn? Ach, da sind sie, die kommen alle noch. Achso, du boxt gerade. Du prügelst dich ohne mich? Ja. Du, dich verbinden. Oh, ich muss es nur. Oh. Ich muss es nur. Oh. Ich muss mal drinnen, verbannt holen. Ja, ich glaube, das war es sowieso. Schön, haben wir hier eine ohne solche Action gemacht. Mhm. Ich räum mich auf den Blutmund. Haha, das glaube ich. So. So. Habe ich Holz dabei? Ne, ich habe noch kein Holz dabei. Ich muss erstmal mal ein Häusler bauen. Mhm. Tja, das war ein super Einstieg hier. Hätte ich nie gedacht. Hätte ich nie gedacht. Tja, das war ein super Einstieg hier. Und echt aufhören. Mhm. Müsst du machen tun. Oh. Sie sind jetzt dran. Sie sind jetzt dran. Oh, scheiße. Was denn? Oh, Hilfe. Meine Waffe ist kaputt. Ne, geh nie rein. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? никогда, du bist geil. W forgiving und schiefst? Ode, der... Schießt nicht weiter drauf. Du bist in Ohnmacht gefallen. ich hatte das falsche gewerbe genommen im haus wird nicht geschossen das war reflex ich habe ja auch nicht damit gerechnet dass so viele hunde hier antanzen wir aber steigern im level da gibt es dann auch mehr Zombies wieso schlägst du mich du hast mich gestochen ich wollte eigentlich Bony ich wollte eigentlich eh was machst du ich wollte den Hund ausweilen nee du hast mich ausgeweitet dafür dass ich dich ausgeweitet habe lebst du aber noch ja nimm mal lange 12 habe ich noch ich kann doch hier einen größenverbandskasten nehmen schmerztabler da sticht der mich ab ey ich sag ja ich sterbe ja nicht an den Zombies sondern ich sterbe ja weil der mich ja kaputt macht ich bin ja schon weg bleib ja fern von mir okay achso geht nie so das wird jetzt geheilt schön jetzt brauche ich noch ein bisschen was zu essen ein bisschen was zu trinken ich werde dann sowieso wenn der Blutmann vorbei ist im Garten ein paar Glaswände hinstellen ja die habe ich ja getunt sage ich mal so okay ähm meine Waffe wollte ich reparieren nee ich habe ja ich habe erstmal XP ich muss die erstmal umsetzen ach ich habe bis 5 irgendwas war mit dem Revolver der Raubwold Maschinengewehrschützer irgendwo war das hier Revolver halt ach habe ich schon volle Pulle dann kann ich ja eigentlich die Waffe jetzt herstellen oder die Pistole Pistole genau Handfeuerwaffenteiler kann ich die auch herstellen ne natürlich nicht so haben wir welche da Werkzeugteiler Handfeuerwaffenteiler habe ich da so was brauche ich denn dazu noch was machst denn du schon wieder du knallst dir schon wieder irgendwas in zum misstöten also geschmiedetes Eisen oh ja dann habe ich aber nicht hier geschmiedetes Eisen doch hier so was war es noch Klebeband was war es noch Kunststoff und Schraubenpädern Kunststoff das habe ich eigentlich gesteckt Kunststoff und was war es noch Schraubenpädern habe ich so das seht ich kann jetzt hier die Waffe nee die Waffe Pistole ich mache dir unter eine mit das ist hier Stufe 5 normale Pistole und Fertigkeiten in Radarapeng in Radarapeng Sturmgewehr um wo kann ich das eigentlich schon machen was kann man denn hier an meinem ähm das ist doch hier die Maschinen hier die AK47 Maschinengewehrschütze kann ich das alles lernen das wäre nämlich super genau Fünfe ich habe Fünfe gut dann brauche ich Maschinengewehrteile haben wir welche da Schrot Schockstab Stahl Paketenwerfer Stahl Gewehr Maschinengewehrteile Maschinen genau hier ich kann das eh nicht machen warum ach weil ich bloß ein Maschinengewehrteil oh man das dürfte aber nicht so das Problem sein weil wir müssten ja mal Waffen da haben genau hier das Frühstück ähm achso du hattest ja hier hinten auch irgendwas in deine Kiste noch reingehauen so Maschinengewehrteile eins habe ich was kriege ich denn aus eins raus 3 Stück so das sind 6 oder dann 7 10 und 11 brauche ich oder Maschinen ich brauche sogar 12 ähm wir müssen mal ganz schnell fix ne das mache ich schnell fix alleine was ähm ich gebe fix wohin und ja du willst was blundern ich bin grad hier völlig ja ähm so die brauche ich nicht so ansonsten kannst du deine alte AK mal mit zu den Waffen reinhauen ja kann ich machen ich muss mal kurz blundern gehen mach das oh krass nebenbei ich brauche Maschinengewehrteile mhm was siehst ich muss zum Ganzen zum Ganzen ach das ist doch dort hinten da kommst du ja jetzt nicht hin oder oder ähm das Maschinengewehr ähm Maschinengewehr wäre gut zu finden hm die AKs kannst du dir deine gleich mal hergeben deine liegt in der Werkbank oder ne ich habe meine hier ich gebe sie dir gleich so ich nehme die auf jetzt kriegst du die die ich hergestellt habe so bis dann ja ich muss bloß ein paar Kisten durchsuchen wegen Maschinengewehre Maschinengewehre ach Gott nochmal ja wenn du blündern gehst dann gehe ich richtig blündern naja nehmen wir alles mit hätt ich ja aber mich hat da jemand gerufen ne ich box die um ja irgendwie zu uns sparen so da gehe ich ja fix durch das Haus ich muss ja bloß hier sowas durchsuchen Kisten und so hier gehts nach unten hier waren wir ja schon mal da kann man ja gleich mal alles hier nochmal nehmen in der Rucksack achso ich habe meinen Charakter geändert wie man gerade gehört hat eh ja ja ist mir vorhin schon aufgefallen ich habe jetzt keine männliche Person mehr ich habe jetzt eine weibliche Person ja ich habe mich schon gewundert Oh Gott oh Gott Boah nichts ich ach nix alles gut ich chilli hier gerade hahaha das ist so was ich auch gesehen habe mit diesen büchern zum beispiel hier das symbol ja das weise anleitungen gibt es zwei unterschiedliche da gibt es immer ein zugeschlagenes buch das bedeutet du hast es noch nicht gelernt und dann gibt es so eine art aufgeschlagenes buch das bedeutet du hast es schon gelernt das heißt ich werde da noch in die kiste anfertigen oder in der kiste beschriften wo man dort immer die ganzen bücher hat die man schon gelernt hat dort reinhaut wo gut du hast noch nie zugehört doch du wirst eine kiste anfertigen wo dann nur bücher reinkommt die man nie gelernt hat genau das weiß der andere die noch nie gelernt hat dass er die auch nehmen kann scheiße ich habe gar keine erste hilfe dabei alles unter kontrolle folgen ende warum war mir das klar weiß ich nicht gut liebe zuschauer da sehen wir uns dann in der nächsten folge aber wenn wir nicht gestorben sind dann sind wir immer noch hier und dann wünsche ich euch einen schönen tag ich auch tschüssi 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 Vielen Dank.